Herzlich Willkommen im Herzenberg Orakel, hier ist die Roswitha und ja, jetzt machen wir die Zähung zum gestrigen Video vom 11.11.2023. Es gab zu gewinnen, es gibt zu gewinnen, eine Telefonberatung, ein Gespräch mit mir, wir legen Karten, du stellst mir deine Fragen und ja, und das komplette Herzenberg Orakel Merchandising Paket. Und ja, der Kartenhalter, Teelichter und ein Schlüsselanhänger deiner Wahl, jetzt habe ich es leider nicht da, anderes Zimmer, aber ja, ihr wisst, wie es aussieht und wenn nicht, schaut euch mal die gestrigen Videos an, da ist alles drin. Ja, und jetzt ziehen wir mal den Gewinner, die Gewinnerin, ja, für die Telefonberatung und das große Paket. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte Spaß und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Ja, und dann schauen wir mal, Spannungsstall, Trommelwirbel, Fanfaren, das waren heute richtig viele, gerade alles ausgeschnitten und in meine Losschüssel. Und jetzt schauen wir mal, wer hat gewonnen, die Xenia Smith. Liebe Xenia, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei, melde dich bei mir, schick mir eine Sprachnachricht oder eine Message über WhatsApp oder E-Mail, teile mir deine Lieblingsfarbe mit. Und wir haben Anthrazit-Grau, Rot, Blau und Grün im Angebot für Schlüsselanhänger und dann schicke ich dir das zu. Ja, und dann machen wir was aus wegen einer Telefonberatung. Ich bin jetzt erstmal Pause, in der Pause und komme am Freitag wieder. Ja, aber herzlichen Glückwunsch an alle nochmal, die gewonnen haben. Und ja, schaut ruhig mal in die kurzen Videos rein, Ziehung, falls ihr diese noch nicht gesehen habt. Der ein oder andere hat sich noch nicht gemeldet. Ich hoffe, ich bekomme noch Nachricht. Ja, ansonsten werfe ich das wieder in die Gewinnerboxen fürs nächste Mal. Ja, dann sage ich danke und gleich gibt es das neue Video für die kommende Woche. Liebe Grüße und macht's gut, bis bald.